Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wettung Gamble. Heute ist Mittwoch und ich spiele Mech Arena und wir spielen Mitbewerb. Let's go! Okay, kleines Spiel abgestürzt und ich denke mal, ich fange hier von neu an. Das ist die Runde 1. Viel Spaß! Und was soll ich noch sagen? Ich bin ab morgen unterwegs. Und deswegen... Ja. Ja, morgen unterwegs eigentlich. Nix deswegen. Ja, morgen unterwegs. Und wenn kein Scyx burn. ACH! 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 Alter, ne, nur einmal getroffen. Alter, ne, nur einmal getroffen. Ha, erste Runde und ich habe doch den Redmar, 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 ihr wisst wen ich meine, den hier, für die eigene Quest, deswegen spiele ich zur Zeit nur den, die Quest läuft noch vier Stunden. Hmm. Okay. Okay. Oh, ich glaube, ich bin da. Der beste Spieler hier gerade. Ha, ha, ha. Ja. Sieg. Erste Runde gewonnen. Bester Spieler. Nicht bester Spieler, aber besser Mech. Am meisten Schaden. Am meisten Schaden. Am meisten Assistenten. Nur mit einem. Ja. 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 Da habe ich das Ende von der ersten Runde nicht gesehen. Ich schwing. Let's go. Nächste Runde. Okay. Jetzt ist das normalerweise schon die vierte Runde, aber zweimal ist er mir abgestürzt. Ganz am Anfang ist er mir abgestürzt, beim ersten Runde. Die zweite konnte ich komplett spielen. Die dritte ist mir auch abgestürzt. Sie ist mir abgestürzt, der Rechner. Ja. Ach, ich habe mir recht da ein Problem. Die dritte ist mir abgestürzt. Oh, yes, I did. Ich hier auch hier lag. Der lässt sich nicht richtig bewegen. Nur so abgehackt. Okay. Wer ist da oben? Ah. Ganz knapp. So. Jetzt fahren wir mit denen hier an, weil ich brauchte ja noch fünf Kills von hinten. So. асс planeta. So. 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 aber sein schnittes schnittes die und verlieren oder Stimmt, oder? Ganz knapp. Schon wieder ganz knapp verloren. Heißt das wenigstens wieder eine Runde, die ich aufgenommen habe. Schauen wir mal ganz schnell. Das Ding end's an, bevor wir abstürzen. In erster... Ah, ich glaube ich bin besser wie er hier. Ich seh mich an erster Stelle. Also gut, nächste Runde. Okay, wird das jetzt die letzte Runde sein, oder stürzt er mir nochmal ab? Das werde ich sehen, ihr leider nicht, aber ihr würdet es erfahren. So, ich spiele schon eine Stunde und habe zwei Runde erst gespielt. Also immer mit dem... Hochfahren, runterfahren... ... 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 gut gewonnen ich glaube ich habe wieder zwei kids also insgesamt vier kids heißt glaube ich oder fünf und ja ich bin nicht der beste spieler also nicht der mvp anscheinend ist der beste allgemein auch nicht schauen wir uns das ergebnis an die runde ist aber durchgegangen jawohl 5 kids 6 kids der hat acht also vier kids und vier unterstützung nice gut dann würde ich mal sagen das war es für heute ich sage danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal seid bis dann bis euch viel spaß und auf wiedersehen und 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 und